Okay, wir packen jetzt von der Sugar Gang zwei Pakete aus, einmal Getränke, einmal Naschi Naschi und für die Leute, die interessehalber Hashtag Werbung sich da interessehalber auch mal was von gönnen wollen mit dem Rabattcode, get on my level, 10% auf entspannen, äh, 10% sparen, Kuss Ich moin, wie das Aquarium brennt, ja, ist mir auch schon aufgefallen, danke dir, Digga So sieht das aus, was steht da? Crazy Farbe, crazy Geschmack, musst du probiert haben Kann man auch über mich sagen Okay, die Fuckies, Blue Heat, hier steht an der Seite, das ist mir nicht entgangen, Extreme Ja, perfekt, Digga, Kuss, dass man da auch so viel sieht, nice, danke dir, Digga So, okay Die brennen bisschen, Digga, die schmecken nicht schlecht Ey, ich krieg ne blaue Zunge davon, Mann Die haben nur einen guten Nachbrenner, Digga Nee, Digga Eierchips Da bin ich aber gespannt, wie die tasten, Alter Ja, also Sehen ganz normal aus, ist klar Geruchlich neutral, würde ich sagen Sehen auch normal aus Bruder, na, nicht Öl, aber Die schmecken halt wirklich, Bruder, wer hätte es gedacht? Die schmecken wirklich wie Spiegelei Wer auf Ei steht, der wird das mögen Tasten die gut? Ja, schwierig zu sagen Ja, doch, die schmecken gut, wenn man, wenn man auf den Eigeschmack steht, dann tasten die gut Auch bei Chips wäre das eine 10 von 10, würde ich sagen Die sind auch gut gesalzen Ich mag Eier, ja, aber nicht so auf die Art und Weise, wie eure Mütter Wir probieren erstmal ein Getränk Wichtig und richtig So, was haben wir da drin? Ui, White Peach Oha Auch aus China Wassermelone Grüner Apfel aus China Einfach Twinkie Latte Oh mein Gott, Digga Aber das wäre, ich weiß jetzt schon, das wäre mir nicht schmecken, Digga Frisch aus China Holunderblüte Versich Überleg mal, ey Wie viele krasse Fanta-Sorten es eigentlich gibt Oder wie viele verschiedene Sorten es gibt, ne? Feier ich wie Kratzeis damals Also schmeckt es einfach nach Zucker Perfekt Aus China schmeckt wie Apfelringe Digga Also Fanta schon, Digga Ich werde zwar einen Zuckerschock bekommen Ne neue Mountain View Digga, man kann sich gar nicht glauben Ich sag's doch ehrlich, Digga Ich hab jetzt schon eine Muskelkater am Oberarm Vom ganzen Heben immer Und dann haben wir hier Aus China soll ekelhaft sein Ja, Bruder, ich lach Danke dir Was ist denn das? Das ekelhafte Das ist doch Blaubeere, oder nicht? Okay, geben wir einen Try Ekelhafte zuerst Ich glaub nicht, dass es ekelhaft ist Das ist Traube, sorry Die kenn ich, Digga Köstlich Fanta-Traube, köstlich, Digga Und ich trink das warm Also ich sag euch ganz real rap Ich hab noch nie eine Fanta-Sorte getrunken Die mir nicht geschmeckt hat Gerade die ausländischen Fanta-Sorten Sind alle irgendwie köstlich-schmecklich Saftig-knaftig Was juckt jetzt mein Kopf so? Jetzt tun wir uns das an Was ich weiß, dass wir nicht schmeckt Ich hasse es, Digga Ich hasse sowas Oh, ich hasse das, Digga Wenn die Dinger sich nicht drehen Weil das Plastik drumherum ist Jalla Scheiß drauf So Oh, der Geruch ist aber babab Jetzt hat mich Ich hab jetzt das Gesicht voll gespritzt Okay, das erste Mal Dass ich mir eine Latte in den Mund stecke Bevor ich mir die Latte in den Mund stecke Schüttel ich nochmal Okay, ich hab die Latte jetzt ausreichend geschüttelt Jetzt stecke ich sie mir in den Mund Ja, also ich weiß, es wird mir nicht schmecken Weil ich einfach auf diesen Kaffee-Latten-Geschmack nicht stehe Ich glaube, es schmeckt gut, wenn man auf diesem Geschmack steht Ich stehe nicht auf Latte in meinem Mund Ich glaube, dass für die Leute, die auf so Kaffee-Zeug stehen Schmeckt das sehr köstlich Mir ist jetzt nicht gerade schlecht geschmeckt Aber ich mag einfach diesen klassischen Kaffee-Geschmack Latte Macchiato und wie die ganze Kacke heißt Ist nicht meins Von 1 bis 10 Wie soll ich das von 1 bis 10 bewerten Wenn die Grundsubstanz, die da drin ist, mir nicht schmeckt Junge Testen wir die neue Mountain View Dew with a blast of natural and artificial tropical lime flavor Jecks, genau mein Geschmack Ich nenne das Mountain View Jalla Stößchen Ich muss gestehen, alle Getränke Obwohl mir der Kollege von der Schokolade gesagt hat Du musst das kalt stellen Wäre jetzt nicht kalt gestellt Ich Man schmeckt auf jeden Fall die Zitrone-Lime raus Es ist halt sehr süß, ist ja klar Aber Mountain View Schmeckt gut Jetzt habe ich es wirklich sogar richtig vorgelesen Weil es da drauf steht Aber ich sage wirklich immer Mountain View Ich weiß nicht warum 1 bis 10 Schwer zu sagen Na 8 würde ich sagen So, testen wir nochmal einen Snack Viel Spaß damit Ach komm, scheiß drauf, Digga Ja, das sieht sehr vertrauenswürdig aus Wirklich Oh nee, ey Ja Danke, China Also wirklich Digga Wie viel Verpackungsmaterial wollt ihr? Alles Alles Digga Hat jeder als Kind gemacht Hallo Ist da eine Gebrauchsanweisung zufälligerweise bei? Ja, perfekt Die ist auf Chinesisch, Digga Ja, super Das ist alles Das ist alles nur Pulver, Digga Hä? Und was ist das? Ein Radier-Umi oder was? Ich muss Wasser da reintun Oh nee, ey Adrian, ganz ehrlich, Digga Dass du mir so eine Scheiße mitgibst Und dann alles auf Chinesisch, Digga Wie soll ich das kapieren, was hier hinten drauf steht, Junge? Ich hole jetzt mal Wasser Scheiß drauf Okay Eins soll Wasser rein Hier oben soll auch Wasser Glaube ich Noch einmal Wasser Dann soll ich das Blaue Das Blaue soll da rein Digga Oh nee, ich hab zu viel Wasser Es läuft gleich über, Digga Ey, das ist Ein Bruder Ich komm mir vor wie Heisenberg Okay, und dann soll ich Jetzt soll ich das Ding hier nehmen? Okay, warte Also Digga Das kannst du hier ausdecken Ich soll jetzt Moment, Moment Ich bin noch hochgradig professionell, Chat Also wir sollen das jetzt hier umrühren Digga, was ist das, Junge? Das ist wie Kleister, Junge Digga Hä? Jetzt sollen wir Wasser hier nehmen? Ach, Scheiß drauf, Digga Also, Bruder Ich hab im Physik- und Chemieunterricht damals echt viel gefehlt Keine Ahnung Was ist das, Digga? Warum soll ich das damit machen? Ja, also, Bruder Wirklich Dann soll ich angeblich Oh, jetzt geht die Scheißverpackung hier nicht mehr auf Och Mann, ey Oh, jetzt aber So, jetzt soll das Orangene Da rein Ja, ja, na Und das Rote Ey, das ist doch zum Kotzen Ich krieg's nicht auf So, und das Rote soll hier rein Okay, das hab ich jetzt gemacht Jetzt sollen wir wieder umrühren Ja Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt mit den Süßigkeiten, oder? Also, wer kauft so eine Scheiße, Digga? Jetzt sollen wir diesen Radiergummi hier nehmen Diesen hier Was ich damit machen soll, hab ich keine Ahnung, Digga Digga, hier ist mit Dings, guck mal Mit Zentimetermaßangaben, Digga Und am Ende soll man sich so selber so ein Sushi machen Was ist das für ein Scheiß, Digga? Ich soll mir hier aus dieser weißen Paste Sushi machen Aus dieser weißen Paste soll ich mir ein Sushi machen Und das dann da oben raufschmieren Digga, das ist doch eine absolute Zuckerbombe, oder? Jetzt soll ich hier auch noch was anmischen Wasser Oh, ey, das sieht aus wie Fischfutter Ja, jetzt haben wir angefangen, Till Jetzt müssen wir auch beenden Ich werde ein so ein Ding probieren Und ich sag euch jetzt schon Ich glaub, das wird nicht so geil Hä, ich hab jetzt hier auch noch Gewürze übrig Ganz komisch Ich verstehe das alles nicht, Digga Ist das so, wie es ist? Das soll ich auch noch Das ist Sojasauce Das soll jetzt hier noch mit rein? Ach, Digga, ich hab keine Ahnung, was ich hier mache Ich sag ehrlich, ich will es schnell hinter mich bringen Ja, überleg, wer kauft sich das denn, Digga? Also, wer kauft Wer stellt sich das vor? Ja, Mann Sonntagabend auf dem Sofa Erstmal meinen eigenen kleinen Chemie-Bausatzkasten zusammenbasteln, Digga Um dann am Ende naschi naschi zu machen Okay, das mischen wir nochmal jetzt hier Mit Sojasauce anscheinend, Digga Sieht richtig appetitlich aus Sehr appetitlich Sieht aus wie Sch*** Hier nochmal mischen Ah, perfekt Dann mischte ich gar nichts, Digga Wird gar nicht dickflüssig Viel zu viel Wasser anscheinend Und vermischt sich hier auch alles Es ist ja so hochgradig widerwärtig, ne? Schaut euch mal die Gebrauchsanweisung an Du sollst hier richtig Sushi machen Digga, wer versteht das denn? Wisst ihr was? Ich scheiße jetzt drauf Ich mach mir jetzt hier Und mix mir eins zurecht Oh, jetzt hab ich alle vermischt Scheiß drauf Ich nehm mir einfach einen Löffel von allem zusammen Und jala Eins Zwei Drei Drei Vier So, Digga Sie schmeckt einfach süß, Digga Vielleicht muss ich nochmal ne richtige Portion Wer denkt sich so ne Scheiße aus, Digga Kein Wunder Kein Wunder, dass wir ne Greta Thunberg haben, Digga Wenn man für so ne Scheiße gefühlt ein halbes Dings Halbes Dorf schlachten muss Also schlachten im Sinne von Abfällen Digga Alles einzeln in Plastikfolie Und die Das hat auch noch produziert Am Ende Für was? Für was, Digga? Für so nen Schrödelkleid Guck dir das an Wer will die Scheiße? Also gut, okay Jeder hat natürlich andere Guck dir das mal an Digga, es sieht aus wie mein Fischfutter Wie rote und weiße Mückenlarven Die ich fütter Okay Kommen wir zu Tortilla Chips Tomato Mexican Ich sag euch ganz ehrlich Design Sieht babamäßig aus Da bin ich Hab ich hohe Erwartungen Ui Die riechen aber gut, Digga Die riechen gut Jetzt bin ich mal gespannt Wie die Bett lagen Mh Boah Mh Mh Die schmecken köstlich, Digga 1 bis 10 Mit 10, Digga Also die schmecken richtig geil Tomatisch, Digga Persönliches Highlight bis jetzt Neuer Geschmack Ich kenn die Aber nicht den neuen Geschmack Also wenn ihr einen Eindruck Bei einem kleinen Neffen Cousin, Cousine Nichte Bruder Hinterlassen wollt Dann kauft die Weil Ich zeig euch auch warum Wenn ihr die auspackt Und das Kind denkt Oh, ein kleiner Snack Und ihr fangt an Diesen hier zu machen Dann habt ihr Fette Points gesammelt Digga Mit dem Shit kannst du deine Freundin auspeischen Was soll ich euch sagen, Chad So wie die aussehen Süß Fruchtig Genauso schmecken die auch In der Kategorie Ne 10 von 10 Die schmecken wirklich sehr gut Allein wie die aufgebaut sind Dass die so lang sind Wenn du die rausholst Von deinen Freunden Oder von Kindern Natürlich Kindern, die Ihr wisst, was ich meine Nicht, dass wir mir was unterstellt werden Da spielt die Optik Digga Wisst ihr, wie ich meine Persönliche Empfehlung Und wir werden noch 2-3 Getränke probieren Okay Apfel Fanta So wie es hier auch steht Schmeckt wie Apfelring So riecht es auch Ne Der erste Geschmack Ist wirklich wie Apfelring Aber der Nachgeschmack Der catch mich nicht so Wir haben ja jetzt ja noch Grüner Apfel Erste Fanta Die nicht schmeckt Doch die hat mir geschmeckt Der Nachgeschmack war bloß nicht so meins Ich könnte drauf schwören Als ich hier gerade gehochen habe Hat mir ein Haar in der Nase gekitzelt Die Frage ist, ist das ein Haar von mir Oder von irgendeinem aus Scheiner Die finde ich besser Grüner Apfel Fanta Köstlich Ich muss aber aufpassen Dass da nichts mit hochkommt Digga Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal.